Leckrad-Gedanken, was auch sonst? Wann auch sonst? Es gibt ja viel zu tun in der Welt. Wann finde ich also sonst mal Gedanken, meine Welt, äh, meine, äh, nee. Wann finde ich jetzt sonst mal im Moment, meine Gedanken zu teilen? Ja, eigentlich irgendwie fast nur noch im Auto im Moment. Aber es ist ja einfach eine Zeit, wo ich denke, es ist wichtig, dass wir connected sind. Danke, liebes magisches Fernfunksprechgerät, liebes Handy, dass du mir ermöglichst, mit Menschen in Verbindung zu sein, die ich kaum noch sehe, weil ich einfach selber so viel unterwegs bin. Schön, wenn du auch selber viel unterwegs bist und etwas in die Welt bringst. Das ist richtig gerade, Mensch. Ja, das hat mir wieder das Arobella gezeigt. Echt, das ist so verrückt. Ja, und ich darf lernen und ich darf anpassen. Im Dornenreich kriege ich manchmal die Schwitzhütten nicht voll. Melden sich gar nicht so viele an. Jetzt am 2. und 3. November darfst du mir zeigen, dass es anders ist. Vielleicht bist du mit dabei, hey. Ja, ansonsten finde ich es so abgefahren. Im Arobella war es echt irre. Wir hatten ja 13 Schwitzhütten dort gegeben, in so einer ganz normalen Thermelandschaft. Tag der Sauna, also den Ursprung der Sauna etwas wieder mehr rüberbringen. Ja, zeigen, dass es auch der Ursprung der Sauna daran liegt, dass es nicht nur der Körper ist, der gereinigt wird, sondern auch die Seele. Klar, das gibt es auch in jeder Sauna heute auch noch. Klar, in der Schwitzhütte mit einem etwas anderen Fokus. Ja, ey, das war so berührend mit Menschen und da durfte ich selber wieder lernen. Jetzt ohne Scheiß, also ganz ehrlich, bei 50% der Menschen, die mit mir da in den Schwitzhütten saßen und sich wirklich echt auf diese Erfahrungen so intensiv einlassen konnten, hätte ich nicht gedacht, wenn sie mir auf der Straße begegnen würden, dass sie mit mir in die Hütte öffnen würden. So, und das habe ich. Und mit Menschen sozusagen diese Schubladen zu verlassen, die in jedem unserer Köpfe immer wieder drinstecken, ist so wichtig. Und das war für mich unglaublich berührend. So viele krasse, alle 13 Hütten waren voll. Alle 13 Hütten haben die Menschen verlassen und waren nachher beseelt. Natürlich gibt es auch immer Menschen, die dann nachher sagen, okay, habe ich mal kennengelernt, also ganz meine Welt ist auch nicht, und das ist doch super. Es ist wichtig, dass du weißt, was deins ist und was nicht. Und, ja, aber so viele andere Menschen wirklich berühren zu könnten, wo man, wo wir, das ist, die Schwitzhütte ist für mich eine der Antworten auf das, was gerade der Zeitgeist ist. Lass uns nicht so viel von Medien und dergleichen irgendwie so pushen und, ja, mit Panikmache und so weiter. Schaff lieber Friedensinseln in deiner Welt. Ja, lass uns das weitermachen, ey, da habe ich Bock drauf. So fahre ich weiter beseelt, auch etwas müde ist, vielleicht merkst du das, etwas müde von diesen zwei Schwitzhütten-Tagen, die natürlich für mich auch echt anstrengend sind. So, wenn ich mir überlege, sechseinhalb Stunden in so einer Schwitzhütte verbringen und nicht nur da drin die Zeit verbringen, sondern einen Raum halten und Menschen abholen und, ja, das immer wieder neu. Das war natürlich auch Kräfte zehren. Aber es ist vor allem eins wahnsinnig erfüllend, ja, diese körperliche und seelische und geistige Reinigung gemeinsam, ja, in der Hütte mit Menschen zu erleben. Also, absolut wundervoll. Schön, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Danke für die wahnsinnig vielen tollen Rückmeldungen, Herr Marobella. Und jetzt habe ich dieselbe Freude beim Sport mit den Kindern in der freien Schule. Energie für euch da draußen. Ja, Friedensinsel schaffen. Yes. Grüße.